So, hey Leute, damit auch Willkommen zu einem Metern-Bolsters-Video. In diesem Video werde ich probieren, wie weit Willkommen halt. Bosskampfmäßig und so Leute. Mit Benji und Bitten-Jojo. Und ja, ich würde sagen, wir starten gleich in die Runde rein. Und ich werde immer ein paar Cuts machen, weil es dauert ja immer ziemlich lang, bis man die Bosse besiegt hat. Und daweil ist immer noch ein bisschen low, die Bosse sind bloß immer ein bisschen low. Ja, und ich würde sagen, check mich gerne auf Instagram ab. Ich habe jetzt einen Instagram-Account, Link ist in der Beschreibung. Ja, ich würde sagen, mach wieder einen kleinen Cut. Und dann vom Schluss schalte ich mich wieder ein. Also mit Boss-Roboter hat nur noch 15% in der Zeit, hat er gestorben. Ja, man muss halt aufpassen, immer auf die kleinen Viecher schützen, da Roboter. Und die kleinen Hefelein. Oh ja. Benji hat den Colt genommen und der Jojo hat den El Primo genommen. Finde ich auf jeden Fall nicht gut bekommen, wenn sie pushen. Die Tanks sind auf jeden Fall wichtig. Also ich glaube, ich spawn noch. Oh, ich kann mich durchwaschen. Ja, ich wasche jetzt vor. Ich glaube, ich schaffe es jetzt schon ein bisschen ganz, aber jetzt, ja. Hier mache ich jetzt den Last-Hit. Ja, keine Ahnung, Benji oder ich habe den Last-Hit gemacht. So, das ist ein Aktuell-Beit. Sehr schwierig, glaube ich. Ja, kriegen 100 Marken. Schmeckt auf jeden Fall. Der ganze Kopf. Jetzt kommt extrem schwierig. Und ich würde sagen, ich mache wieder einen kleinen Cut. Vielleicht war mir jetzt gerade schwierig. Herzgrad extrem schwierig. Der Boss ist gerade wütend. Aber er hat nur noch 20%. Wichtig ist, wir müssen immer manchmal ziemlich viel Schaden machen, bevor er wütend ist. Und bevor er wütend ist. Und dann wird es richtig hart werden mit den Schaden. Aber dabei sollten wir es nicht schaffen. Ich wasche da, weil noch nicht mit Bull rein. Er hat noch ziemlich viel Leben. 50k. Ich würde jetzt auf jeden Fall sterben. Das ist halt der Nachteil. Er passt halt nicht nur auf mich zu. Was soll ich da noch machen? So. Junior hat aber jetzt Shelly genommen. Soll da auch gehen. Tank of jeden Fall. Cool. Das läuft auch ziemlich gut. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, ich spaw noch. Leute. Das war knapp. Hätte eigentlich nicht sein sollen. Aber jetzt bin ich der Finish. Ja. Jetzt haben wir extrem schwierig gemeistert, Leute. So. Gehen jetzt. 160 Marken. Okay, wir haben nicht verdoppelt. Aber 60 Marken schmeckt auf jeden Fall. Jetzt kommt ultra schwierig, Leute. Jetzt habe ich mal wieder an dieser Stelle auch ein Cut. Wir haben gerade Schwierigkeits-Cut ultra schwierig. Und jetzt spawnen auch die Wählen. Und ja. Wir müssen halt ausmachen, wer halt alle Juheln nimmt. Aber dann habe ich alle 8 Juheln genommen. Und wir müssen aufpassen, dass niemand von euch stirbt. So. Wir werden den Roboter bis in Gefahr vor Wut schauen. Ich glaube ich auf jeden Fall. Aber wird knapp werden. Wer gerade von mir weg läuft. Aber ich mache auf jeden Fall gut Schaden. 5,000, 5,000. Schmeckt auf jeden Fall. So. Ich werde fast gestorben, Leute. Ich muss einfach nur einmal reinwaschen. Ja. Reinwaschen einmal wird schwer. So. Aber ja schon gleich vor Wut, Leute. Wir müssen aufpassen. So. Oh mein Gott. Ich bin jetzt gestorben, Leute. Das war jetzt wirklich ein Fehler von mir. So. Der Colt ist auch noch nicht respawned. Wie ich jetzt respawned habe, ist wichtig. Okay. Das war ein Fehler von mir, Leute. Das war ein Fehler von mir. 6, 5, 4, 3. Okay. Jetzt können es sich noch rausgehen. 1. Oh mein Gott. Das ist so knapp, Leute. Wow. Benji hat sich ganz knapp. Das Benji mit Schaden machen. So. Ja. Es sollte sich auf jeden Fall ausgehen. Ich werde jetzt noch einmal reinwaschen. Ja. Ja. Perfekt, Leute. So knapp. Obwohl ich einen kleinen Fehler gemacht habe. Bin gestorben. Aber ja, immer davor bis in Davor auch Verwut schäumt, war auf jeden Fall ziemlich knapp, wir kriegen 70 als Melonung. Jetzt kommt Ultraschwierig 2 Leute, ich würde sagen, ich mache wieder einen kleinen Tag. Wir sind halt da Ultraschwierig 2 und wie gesagt, wir müssen den Roboter wirklich ziemlich low bekommen, bevor der Verwut schäumt, weil er macht fast jeden One-Shot mit seiner Ulti weg. Müssen wir auf jeden Fall echt zum Aufpassen. Wird auf jeden Fall knapp, ja, aber wir haben noch eine halbe Minute. Ihr könnt euch ja auch die Jubiläen aufteilen und so, aber auf jeden Fall auf keinen Fall mit der Jubiläen sterben. Braucht ihr unbedingt, zum Beispiel wie ich jetzt 10 gewählte Pool habe, aber auf jeden Fall ziemlich viel Schaden. Und auf jeden Fall ziemlich wichtig. So, ich muss jetzt abhauen, durchziehen Leute. So, ich muss jetzt braunlich durchziehen, ich hoffe, ich bin jetzt schnell. Oh mein Gott. In Elf-Siegum haben wir noch Zeit. In Elf-Siegum müssen wir bis sieben Leute. 7, 6, 5. Er hat halt immer ab Leute. 3, 2, 1, 8. 3, 2, 1, 8. Muss mich einmal voll gehen, dann reingehen, haus. Ihr seht's Leute, keine Chance. Und er macht fast jeden One-Shot weg, also hätte ich jetzt keine Jubiläen, würde er mich One-Shot weg machen. So, aber wir haben ihn jetzt gemeistert. Und ja, in nächster Stufe wird er sofort gut kocht. Er wird nämlich auch sofort One-Shot weg. So, wie gesagt, ich mache jetzt wieder einen kleinen Cut, bis wir bei Ultraschwierig 3 und zu Ende sind. Wir sind jetzt bei Ultraschwierig 3 und ab jetzt wird's wirklich ziemlich schwierig. Merkt man auch, Roboter haben viel mehr Leben jetzt. Wir machen auch ziemlich viel Schaden. Wie gesagt, wir müssen wieder urviel Schaden machen, damit wir vorher vor Wut schaden. Sonst wird's knapp werden. So, schaffen wir ja auf jeden Fall nicht, weil ja, der Roboter hat jetzt da immer 100 KM mehr erlebt. Hat er dann immer so circa 10, 15 KM mehr. So, jetzt kocht der Verwut, jetzt müssen wir aufpassen. Und ja, die Helfelein vom Roboter ist ultra stark. Also, Mitspieler ist besiegt, wenn ich der Einzigste erfahre, muss ich aufpassen. So, aber man muss nicht mehr ausnutzen, dass die Team jetzt spawnen, aber jetzt die Wänen sammeln. So, wir müssen aber auf jeden Fall Schaden machen. Ja, da macht wirklich viel Schaden. So, die Schäle muss jetzt mit dem Schild reinlaufen. So, ja, das ist wirklich zu viel Schaden, Leute, was der Roboter macht. Er hockt vor Wut in einer Minute. Wir müssen ihn auf jeden Fall klein bekommen, weil sonst nimmt er mich absolut top. Ich kann keine Chance mehr. Ich hilfe dabei dem Benji, indem ich die Roboter hol. Aber die Helfelein muss ich besiegt. So, stop. Okay, beide Mitspieler sind besiegt, aber jetzt YOLO respawnt wieder. Die ist auf jeden Fall ziemlich knapp, ja. So, ich muss auf jeden Fall aufpassen. So, ab und als ob, Leute. Okay, wir schaffen das als ob, deswegen sich gegen Einputzen entsprechend rausgeht. Äh, ja, okay. Benji ist spawnd noch. Und das, oh mein Gott, Leute, das ist echt gerade noch ausgegangen. Wir haben jetzt ultra schwierig drei gemeistert, Leute. Wir bekommen jetzt plus 90 Marken schon. Die Boxen sammeln sich schon. Ich, wie gesagt, habe auch viele Tickets, Leute. Ich werde auch viele Boxen sammeln. Mir fehlt noch der Roller-Sandy. Ich würde sagen, ich mache wieder einen kleinen Cut, wenn wir ziemlich am Ende sind vom Roller-Botter. Aber das Spiel ist wirklich ziemlich schwer. Der Boss hat, der Boss-Roboter hatte, manchmal sogar 800 KDV. Jetzt, ja, kocht der Verwut, Leute, das ist nicht gut. Er hat noch 31 Prozent. Aber, Leute, ihr müsst halt dann einen Rhythmus finden, wie er stirbt. Zum Beispiel, dass alle sieben Sekunden ein anderer spawnt. So, aber das wird sonst zu hart. Das muss wieder, wie gesagt, nach allen sieben Sekunden jemand spawnen. Jetzt geht das nicht. Naja, mit viel Glück vielleicht schon, aber so wie jetzt bin ich einfach zu schnell down. Der darf einfach nicht vor gut zu kochen, Leute. Das ist dann... Aber er haut doch immer ab, Leute. Jetzt muss mein nächster Mate spawnen, so, Leute. Wie gesagt, so muss das aussehen, sicher. So, aber ich kann irgendwie nicht abwohnen, weil ich werde jetzt sterben. Ich werde jetzt sterben, wirklich. Ich habe keine Chance, Leute. Jetzt brauchen wir wirklich mega Glück. Ah, es wird jetzt zu schwer werden. Aber ich kann nichts machen. Der macht zu viel Schaden. Wird auf jeden Fall ziemlich schwer werden, ultra schwierig, 4 zu meistern. Vielleicht hätte ich Pan nehmen sollen. Aber so, die Schäden muss jetzt einer sterben. Wir werden jetzt nicht mehr Schaden machen. Immer, wenn die Schaden nicht schlecht ist, müssen wir Schaden machen müssen. Das geht das nicht. Aber es muss halt auch immer einer sterben, sonst wird das zu schwer. So, jetzt stirbt die Schäden und ich muss jetzt in 10 Sekunden sterben. Oder der lieber Panshee. So, der Panshee stirbt jetzt. So, jetzt wird es schwierig. Jetzt wird es schwierig. Das waren keine 10 Sekunden. So, jetzt muss ich... Was? Ob der so viel Schaden macht. Ich kann... So, Leute. Es ist zu schwierig. Demen wir nicht. Jetzt kocht er vor Wut. Jetzt... Oh, wir haben kaum Chancen. Leute, wir haben keine Chance. Der macht zu viel Schaden. Ich glaube, ich muss einfach immer weglaufen und probieren. Ich habe meine Ulti zwar nicht mehr. Aber ich habe immer weglaufen an seinem Ende, dass meine Mets kommt und mit dem Schild und dann tun wir ein bisschen Schaden machen können. So. Aber leider, meine beiden Mets leben noch. Also, es sieht gar nicht so schlecht aus. Aber der Panshee dreht komplett durch nach einer Minute. Das wird zu schwer. So, wie gesagt, ich muss jetzt sterben, glaube ich. Meine Ulti will ich auffüllen und dann sterben. Die Wäden haben wir auch keine mehr mehr. Das Ding ist, ihr dürft auf keinen Fall mit der Ulti sterben. So, jetzt bin ich gestorben. Und ja, meine Mets müssen schon einfach nur weglaufen. Und dass beide nicht sterben. Das wird auf jeden Fall ziemlich krass knapp. So, die Shelly muss jetzt auch eine Ruhe machen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 4. Die Shelly ist jetzt ein. So, ich muss jetzt in den Roboter rein, Leute. Jetzt abhauen wir keine Chance. Die Helferlein sind einfach zu stark. Ja, beide Metspieler sind besiegt. Und ich habe auch keine Chance mehr gehabt. Die Shelly ist nicht mehr gespawnt. 7 Sekunden. Ja, Leute, man hat einfach keine Chance mehr. Wirklich keine Chance. Der Roboter ist zu stark. So. Ja, man kann einfach nichts machen. Aber, Leute. Ja, wir haben es auf jeden Fall bis ultra schwierig. 3er geschafft. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr gerne über ein Like freuen. Und über ein Abo, falls ihr noch nicht abonniert habt. Aktiviert auch die kleine Glocke. Ja, und checkt auf jeden Fall meinen Instagram-Account ab. Link ist in der Beschreibung. Ja, ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis das Video. Macht's gut.